Moin Moin ihr Geinschnitt hier jetzt. Willkommen zurück zu einer neuen Folge, TDT. Diesmal auf Team Room? Brab, Peter und ich hab... Oh Gott, Peter, 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 Peter... Ja du läufst mir doch hinterher! Geh mal weg da! Warum hat nix in der Hand? Ich bin Insta-Derry, ja. Ja, jetzt hast du eine Schotte. Ja, gab auch noch Preparing quasi. Boah, Hadi, 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 Hadi hat ne Negev. Boah, Hadi will mich machen. Ja, Hadi und Jay machen da romantische Spinnchen zu zweit. Oh, Hadi hat die Negev weggepackt. Hadi snipe halt lieber wieder. Boah, Hadi hat wirklich gar keinen Bock auf die... Loil, Hadi hat ne Shotgun. Hadi hat ne Shotgun. Oh, da ist Peter da. Sehr schön. Loil. Boah, Hadi hat sich für Shotgun entschieden. Krass, er hat die ganze Waffe weggeschossen. Finde ich spannend. Boah, schön hier mit vier Leuten. Ne, nur die halbe. Ne, die ganze. Ja, irgendwohin will ich. Ich dachte du würdest bei denen zugucken. Ne, ich bin weg hier. Boah, fick dich. Ich will mir das Spielchen angucken. Fuck you, fuck you. Hallo? Alter! Fuck you. Was soll das? Insta, Insta, pass auf Hadi. Wo? Boah hinter dir. Alter. Können mich eigentlich alle verarschen. Wer hat sich die Insta dann geschmissen? Echt nicht. Junge, ich habe fünfmal Insta, Insta hinter dir. Ohge? Wer will mit den Dis-des-des-des-des-des-des-des-des-des-des-des-des-des-des-des-des-des-des-des-des-des-des-des-des-des-des. Da hab ich die einfach mit Mellon Launcher gemacht Aber Hardy, du wirst nicht mehr Alter schreien Doch, Hardy ist erst noch runtergefallen Ach du bist runtergefallen? Achso, ich war instant tot Das sah mega geil aus Das war sehr lustig Boah, Christian hat mich auch direkt weggemacht, scheiße Vor allem hat mir sowohl der Mellon Launcher als auch die Discom gegeben und die Discom hat mir dann sowieso ein Rocket Jump noch einen mitgegeben Ja, du bist echt mega geil geflogen Am geilsten fliegen wir sowieso, wenn die schon tot sind Ah, eigentlich hätte ich das wegmachen müssen Ich muss das echt mal wieder angewöhnen, als der gesagt hat Bram, machst du da ein bisschen Kaufmenü und wir sind auch in der Preparing-Phase Da hätte ich eigentlich schon wissen müssen Ja genau, dann hättest du wissen müssen, da ein Erd ist während wir in einer Preparing-Phase sind Ich hab gesagt, dass Erd wird Nein, du hast gesagt, dass er ist Nein, hab ich nicht Doch, hab ich auf Aufnahme Okay, guck's dir die Aufnahme an Ja, so wie die Meteorviecher immer die Reinspawren, Bram, ne? Überall Ich würde mal gerne die Kommentare anschauen J-J-J-J-J J-J-J-J J-J-J-J Ja, ich musste auch eine Schrotze Peter, 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 Peter Aua, warte mal, ich hab' einen Plasmagran hatten vielleicht Fuck you J-J-J-J J-J-J Alter, f*** dich, Hadi. Hadi ist so krass. Komm, mach doch. F*** dich. Nein, nein, ich bin Indoman. Wir haben den Sack. Sechs Punkte, sieben Punkte. Alter, Alter. Könnt ihr euch mal verpissen hier, oder? F*** dich. Ich war ja wohl hier zuerst. Ich muss hier weg, ich muss hier weg. Boah, das war knapp. Alter, da hat einer eine Incidary in der Hand. Echt? Das ist aber uncool. Das war aber nicht sehr cool. Ja, Hadi geht mal weg. Ich will mich einfach nur an Hadi mal rechen. Vor dem Schacht. Boah, ja, ich musste erst mal fliehen, Alter. Boah, Hadi, wenn du die... Los, Hadi hat... Peter hat was geworfen, Peter hat was geworfen. Ja, eine Smoke. Ja, komm, Peter, Disco-Spiel. Komm, komm, komm. Ich hab auch noch eine Disco-Spiel. Alter! Oh Gott! Was? Wer hat jetzt geschossen? Wer hat jetzt geschossen? Der war Traitor. Ich hab einen Traitor gemacht. Okay. Nice step. Hadi! Hadi vor allem. Ist der Shit. Hadi war's. Wer war denn? Hadi war's. Hadi war's. Nein, 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 nein! Hallo Christian! Warte noch mal! Warte noch mal auf so rumzurennen! Boah, Jade, du hast mir am Anfang mit deinem Schuss erstmal die Hälfte der Lebensenergie abgezogen. Was war das denn für eine Scheiße gerade da? Hab ich die reingezogen? Ich dachte, das war der andere Traitor, deswegen hab ich die auch weggemacht. Ja, das war auch absolut die richtige Entscheidung. Das war jetzt dumm. Ich dachte, ich hätte Hadi voll getroffen. Boah, kacke. Egal. Boah, war ja voll das Massaker, ey. Wolltest du das scheiße Dyskombulator angucken. Voll scheiße, dass ich euch in der Reihenfolge gekillt hab. Deshalb hab ich trotzdem so wenig Karma. Hm, hm. Die andere Reihenfolge wär besser gewesen. Und bis auf null runter, wa? Ist echt ne Frechheit. Ja, wobei Traitor killen ist genauso gut wie Innocenten killen, oder? Ja, aber guck mal, der greift nicht an. Nein, 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 nein. Wenn Traitor killst, kriegst du deutlich mehr Punkte. Wie, nein, nein, nein. Brom hat doch den Traitor gekillt. Dann hat Sepp mich angeschossen, oder nicht? Genau, dann hat Sepp mich angeschossen, dann hab ich Sepp auch weggemacht. Ich hab geschrien, hey, hey, hey. Brom hat quasi für mich aufgeräumt. Das Karma von allen. Die Hälfte des Teams ist schon mal negativ. Oh, hallo Brom. Alter, Brom, du hast den Negev, oder? Nee. Hast du nicht. Echt? Boah, da finde ich ja. Alter, du machst mich jetzt neidisch. Gibt's mir die? Du kriegst die Schrotze dafür, ist doch fair. Ja, die spielen wir. Ja, komm. Fair. Brom, 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 Brom. Brom, 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 Brom. Okay, Brom, gib mir die nicht. Ich schieße. Nee, ich schieße. Warum gibst du mir die denn nicht? Die haben, ich hab dir, ich vertraue dir. Oh, ist es Sepp, ist es Sepp. Okay. Wo ist Sepp? Okay. Peter ist unschuldig. Wo ist Sepp? Ich hab Sepp gekillt, ich hab Sepp gekillt. Sepp war oben drauf. Oh, nicht mich jetzt killen. Sepp ist da weg. Okay. Da unten liegt, ich hab ne Insta darunter geschmissen. Meine! Nein! Mr. Dese! Oh! Voll auf der Kante noch hoch. Oh man, da fall ich da runter. Schade, ich hab gedacht, ich krieg beide mit der Melon, aber irgendwie ist der eigentlich nicht weggeflogen, schade. Der war super runde. What the fuck, einfach nur. Super runde. Bo Bram, warum hast du mir nicht den Negev gegeben? Ah. Nö, ich wollte die selber haben. Ich freu mich doch immer da so sehr drüber. So, Scores. Peter hat 8 Punkte geholt. Oh je. Not bad. Sepp? Ah ja. Ja stimmt, ich hab Sepp gekillt. Einen Traitor-Kill. Oh, ich hab Sepp. Sepp hat der erste. Bo Bram ey, wir haben zwei Punkte nur. Wir können ein bisschen Trigger-happy bleiben. Traust du dich nicht alleine, oder was? Na doch, das trau ich mich halt auch. Sepp dachte ja eh, das ist deine letzte Runde. Das sagt ja der schon zu der anderen. Letzten, aber das ist tatsächlich unsere letzte Runde. Für die heutige Aufnahmestation. Ja, ja. Boah, schon wieder, nie wieder. Boah, Hardy ist, aber Hardy töten. Ja, okay. Ich geh Hardy töten. Ja, das ist immer, Hardy ist immer, wenn er das sagt. Das stimmt doch nicht. Aber so gut wie immer. Na komm, Peter. Sollen wir, sollen wir das Spiel spielen? Ja. Aua. Lass mich durch, lass mich durch. Nein. Fick dich! Läuft. Ist einer weggeflogen? Ich glaub nicht. Ne. Höhne. 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 Ne, ich hab die, ich hab die irgendwo hingeworfen. Ich wollt die nicht haben, Mann. Ja, jetzt hab ich gar keine Granate mehr. Wie viele liegen denn jetzt hier auf dem Boden, alter? Ey, Peter, spielen wir das Spiel? Ja, okay, alles klar. Alter. Hallo. Alter. Hier ist Feuer. Ich glaub, man wirst du eigentlich hier. Oh, du wirst jetzt fliegen. Nein. Ne, doch nicht. Hä? Wieso hab ich gerade Schaden bekommen, obwohl da kein Feuer ist? Ne, er ist gerade gekommen. Oh, Hardy? Na, wer ist Traitor von euch? Hardy, glaub ich. Ich möchte den eigentlich wegdrücken. Nein, bin ich nicht. Hardy hat gerade irgendwas geschossen, oder? Oh, ja. Mit ner Persole, Mann. Mach den mal nicht in dein... Brahm, 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 Brahm. Brahm, Brahm. Wenn selbst du hetzt, dann ist das normalerweise auch. Das sah aus wie ein Männern. Haha, ich glaub, dass Peter das ist. Ich glaub, Hardy ist da nicht. Fick dich! Ich glaub, Hardy ist da nicht. Fick dich, Peter! Ist da wirklich deine Melode geschossen? Ja. Fick dich, Peter! Ich hab Peter gemacht. Hab nicht gesehen. Ich hab Peter gemacht. Ich hab Peter gemacht. Ja, sehr gut. Okay, gut. Dann ist es Chris. Ja, sehr gut. Oder Jay. Oder ich, okay. Äh, wo ist denn Chris? Der hat sich gerade schon beschwert übrigens. Na, alter Peter. Ihr könnt mich ruhig auch machen, wenn ihr meinen, die ich bin da, ne? Nö, du kannst auch einfach... Ich weiß aber nicht, wo Chris ist. Chris ist unten im Schacht. Ah, das ist gut. Na, damit kann ich doch leben. Ich glaub, in der Schublade war grad ein... Das ist aber kein Schacht. Egal, Alter. Der fetten Mendel Launcher. Der hilft dir leider nicht viel. Äh, leider nicht. Dann ist der schon leer. Was ist der denn? Da war da der Bombe? Äh, von dem... Können wir nicht einfach irgendwie zusammenbleiben? Oder ihr wenigstens? Da ist er! Der ist hier im Sch... Im Schrank. Okay. Alles klar, danke für die Info. Der hat sich unsichtbar gemacht. Dafür sollten wir zusammenbleiben. Mhm. Ich komm zu dir. Ich komm zu dir. Ich komm zu dir. Ich komm zu dir. Boah! Der ist im Schacht nach oben! Boah! Boah! Da kommt der wieder auf! Sehr schön! Ach neee! Da snackelt der Seppi ab. Ich hätte dich enttarnt. Ich hätte dich nicht mehr angegriffen. Pudi, du. Das stimmt, Peter. Du hast zu früh die Nerven vor. Ja, genau. 24. Boah! Der Sepp hat wieder beide Traitors gekillt, ey. Ja! Bei den... Man, ey! Hätte ich dich auch nicht gemacht, weil ich hätt's nicht gedacht, Hadi ist. Na, verdammt! Wollte Hadi wegkommen? Wollte Hadi wegkommen? Weißt du, Peter stirbt und alle stehen an mir. Ja, das war echt nicht. Auf jeden Fall Sepp töten jetzt. Auf jeden Fall Sepp. Das ist wirklich ne gute Taktik. Der kommt immer absnacken. Das ist echt der Shit. Was heißt denn absnacken? Na, echt mal. Du bist beide Traitor abgestattet. Was heißt denn absnacken? Ja, hab ich ja beide getötet. Ja, richtig. Ja, das ist es hier. Voll krass, echt. Tötet Traitor. Ne, aber du kriegst die immer, weißt du, wenn die gerade nach... Ich bin innocent, Sepp ist bei mir, Sepp ist bei mir, Sepp ist bei mir. Sepp ist bei mir, Sepp ist bei mir. Leu. Und noch einer. Heute nicht einmal Traitor. Das ist echt krass. Das ist klar. Das ist klar. Oh, Hadi. Ramm bei mir. Ramm bei mir. Hadi guckt wieder. Oh, Alter. Hier, Disco-Spiel, Disco-Spiel. Oh nein, nicht, 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 lass da. Da ist einer gestorben. Da ist einer gestorben. Ey! Wow. Sepp hat mich mit der Plasma-Grenade random gekillt und ich war Traitor. Das ist auch noch ne Shit. Ja. Das heißt, sie hat nochmal Punkte gekriegt. Und ich hab Christian auch gemacht, oder? Ja, guck mal. Ja, weil ich sie nicht ein hab. Ja, weil ich sie nicht ein hab. Ja, weil ich sie nicht ein hab. Kann man mal machen, ne? Ich kill die Traitor. Wieso? Warte, darum geht's doch in dem Spiel, du Wurst. Ja, aber du kriegst die immer zu fassen, wenn die anders beschäftigt sind. Ohne Spaß, ey. Weißt du, da wirfst du einfach ne Plasma-Grenade, womit du Leute wirklich auf jeden Fall töten kannst. Wat? Ja, wie wat? Du hast mich getötet mit der Plasma. Plasma-Grenade ist one-hit. One-hit? Ja. Boah, aber doch nur voll, wenn du draufstehst, oder? Alles klar. Du kannst an mich kletten, du Wurst. Genau. Du hast ja auf mich geklettet. Ja, kann man machen. Ja, Christian hat ja angedeutet, dass er mich random killt. Achso, deswegen killst du mich random. Alles klar. Also ich kündige jetzt mal an, dass ich Peter random kille. Ich kill Jay random. Alles klar, dann kill ich den random, dann. Fick dich. Fick dich, Christian. Das ist bei mir. Oh Gott. Christian, Christian. Ich bin aber... Christian, hier geht's nicht. Christian, ne, ne, ne. Oh, jetzt hab ich die schlechtere Pose, scheiße. Ja, da hinter dir steht einer, ne? LOL. Ich war das. Nein. Hadi, okay. Ich war das nicht. Okay, Hadi hat auf jeden Fall irgendwas gemacht. Und ich glaub, Sepp ist ruhig. Bram ist nicht im Schrank. Hi. Jason. Okay, das geh ich mir jetzt angucken. Also Bram kam grad vor dir da auf. Hadi schieß doch. Okay, Hadi ist das. Hadi ist oben in dem Schrank. Hadi ist oben im Schrank. Komm, wie die Lemmige laufen sich grad hier in meine Waffe rein. Hast du, ne? Ich hab ne Famas. Hadi macht's einfach alle weg, voll geil. Die Famas hat sie richtig alle weggefickt. Fiecht total cool, Hadi. Ja, snack nur ruhig die Punkte weg, Junge. Wat denn? Ja, du hast die alle confirmed, du kleiner... Ich hab einen confirmed, weil der vor mir lag, du vorerst. Hey. First confirmed, gibt's keine Punkte. Nein. Hauptsache erstmal screamen, ey. Das ist so neidisch, auf die Punkte sind alle. Wie? Gibt's Schachthänge? Oh, Bram hat heute seinen Laughing Day. Wie geil das aussieht. Ja, komm, ich vertrau jetzt mal noch weiterhin. Bram sieht so aus, als wäre er immer am... Die Famas ist richtig müde. ... am Jackenhaken aufgehängt worden. Hä? Warte, wie viel Schaden die macht, das ist schon krass. Wie viel, Alter? Ja, ich hab nur 30. Das ist schon hart für ihn, ey. Aua! Alles klar. Bram grüßt gerade. Doch. Was? Wunderbar Lowlife, du Lappen! Nice! Dein Ernst! 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 Bestimmt! Das ist echt krass! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! Tschüss! Bis zum nächsten Mal.